Nehmen Sie Platz, schauen Sie sich um und seien Sie sicher. Hier können Sie Ihre Arbeit mühelos erledigen. Freuen Sie sich über unsere 71 dB leise und geräumige Kabine mit 3,33 Kubikmetern Kabinenvolumen. Und die optionale Lederausstattung sorgt für ein angenehmes Gefühl und lange Haltbarkeit. Mit dem neuen Eckpfostendisplay erhalten Sie einen Überblick über alle wichtigen Systeme und eine bessere Sicht nach vorn, ohne Armaturenbrett, hinter dem Lenkrad. Command Pro, die ultimative Fahrerschnittstelle, macht jeden Arbeitstag noch bequemer und produktiver. Der neue Joystick lässt sich vollständig rekonfigurieren und steuert auch Isobus-Funktionen. Sie werden die Reversierfunktion des Joysticks besonders bei Frontladearbeiten zu schätzen wissen. Die Reversierfunktion des Joysticker